Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ihr merkt es, wir haben zwischen den Jahren, das Faultier hat mal wieder ein bisschen Zeit, unerledigtes Zeug nachzuholen, wie unter anderem ein Erfahrungsbericht zu Edge. So, Edge ist oder war ein Crowdfunding-Projekt, was ich vor etlichen Monaten mitten in der Nacht gesehen habe und ich bin echt empfänglich für sowas und dachte mir, das ist gar keine blöde Idee, das muss ich haben, das unterstütze ich jetzt. Dann habe ich es vergessen und irgendwann im August kam da ein Paket und ich dachte mir, stimmt, da war ja irgendwas. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so Elektrozeugs bei diesen ganzen Crowdfunding-Plattformen unterstütze ich nicht mehr. Da bin ich so oft aus Projekten nichts geworden oder war halt nicht gut und dann nach Ewigkeiten Abstinenz kam dann so etwas. So, und was ist jetzt dieses Edge? Edge ist im Endeffekt nichts anderes als diese Halterung, die ihr auf der Rückseite seht, die man dann in einem gewissen Winkel ausklappen kann. Das Ganze wird einfach auf die Rückseite, in meinem Fall jetzt hier aufs MacBook geklebt, hält natürlich auf was auch immer für glatten Rückseiten, wo man es draufkleben möchte. Da ist dann einfach so ein 3M-Blabla-Doppelkleber auf der Rückseite. Und dann kann man das Ganze an dem Arm ausfahren. An dem Arm selber ist nochmal so ein Nano-Haft-Zeugs. Und dann gibt es nochmal so kleine Plättchen, die dann auch diese Nano-Beschichtung auf der einen Seite haben, wie dann hier, und dann auf der Rückseite einfach auch wieder doppelseitiges Klebeband sind. Und dann kann man das einfach da dran kleben. Ich bin jetzt gerade vom Winkel ein bisschen seltsam. So, und dann, ihr könnt es euch denken, wird in diesem Fall aus, naja, habe ich mein Smartphone direkt auch neben meinem Laptop-Monitor. Könnte man natürlich auch mit anderen Geräten machen, aber das ist jetzt das Anwendungsszenario, was dafür vorgesehen war. Ja, ich habe es natürlich bei diesem einfachen Set nicht belassen, was dann das Basisding wäre. Nein, ich habe direkt zwei besorgt, um die unterschiedlichen Farben mir anzugucken. Natürlich haben die das darauf abgemünzt, auf die Apple-Leute, einmal auch in Space Grey und einmal in Silber. Aber ich musste ja das komplette Set unterstützen. Ein Ding ist dann dabei, nochmal eine Halterung, ist ein MagSafe-Lader. Ja, dann kann ich das dazwischen klemmen und dann lädt der halt zusätzlich, naja, vom MacBook halt noch das Smartphone auf. Habe ich nicht einmal benutzt, weil auch dieses Kabel viel zu lang ist. Es freut mich ja, ich bin ja jemand, der sonst immer sagt, lange Kabel, aber in der Konstruktion, wo man das Gerät ja direkt daneben hat, ist es ein bisschen, hä? Vor allem, ich kann mir auch denken, je nachdem, was man für ein MacBook im Einsatz hat, dann hat man die Ladedinger nur auf der einen Seite, will aber das Gerät auf der anderen Seite nutzen. Aber dann, guckt euch das an, dann brauche ich so ein langes Kabel und habe im Endeffekt nochmal doppeltes Kabellänge, die ein bisschen zu viel ist. Deswegen, also es war nicht so praktikabel, sage ich jetzt mal. Und dann das nächste, was habe ich mir dabei nur gedacht? Es war das Studio-Set mit einer akkubetriebenen USB-C-aufladefähigen LED, um mich dann besser auszuleuchten. Wenn ich dann hier vor der Kamera sitze, beziehungsweise wenn man vor der Webcam sitzt und dann irgendwelche Videocalls hat. Ja, die Idee ist ganz gut. Das Ergebnis von diesem kleinen Ding, es sieht so aus, als ob man sich selber mit einer Taschenlampe dann so unter dem Bett oder sonst wohin leuchtet. Und es ist besser als nichts, gar keine Frage, aber es ist sowas, ich habe da nicht wirklich Videokonferenzen mitgeführt. Was natürlich der Vorteil ist, weil die Frontkameras von Smartphones in der Regel besser sind, muss man ja auch ganz klar sagen, als alles, was eigentlich in Laptops als Webcam eingebaut ist. Deswegen von der Idee gut, dass man zusätzlich da noch Licht braucht. Ja, aber in der Regel, wenn man dann sowieso schon so viel Wert auf die Frontkamera oder auf die Webcam-Qualität legt, dass man das dann sozusagen über sein Smartphone führt, naja, dann bin ich bei dem Schritt schon, dann kann ich mir auch sonst wie zwei Lampen anmachen oder mich gut hinsetzen, wo es ausgeleuchtet ist. Dass das halt so andersrum, diese zwei Sachen zusätzlich zu kaufen oder dazu zu unterstützen, das hat sich null gelohnt. Das hat auch den Preis ein bisschen hochgetrieben. Ich glaube, das waren 40, 50, 60 Euro irgendwo um den Dreh. Das Ganze war kein Kickstarter-Projekt, sondern auf Indiegogo. So, und wenn ich jetzt gucke, na, nur die Halterungen verticken die jetzt für 19 US-Dollar. Zu dieser Halterung selber oder zu diesem ganzen Einsatz von diesem Zeug, nachdem ich jetzt das Drumherum-Kladderadatsch einfach mal abgehakt habe. Nummer 1, die Dinger bleiben halt ständig an eurem Gerät halt dran haften. Da kann ich halt nicht die immer abmachen und Platz sparen, zur Seite machen, dass ich dann halt einfach nur den, auch so einen Nanosauger habe und das irgendwo hinpacke. Das hat dann irgendwie nicht. Das heißt, die bleiben immer dran. Wenn man sein Gerät dann in der Gegend rumschleppt, je nachdem, dann kommt man da immer dran, dann rutschen die mal raus. Ist noch eine Sache okay. Okay, in meinem Fall, wenn ich das Ding dann aber bitte Kamera nicht runterfallen, in meinen Rucksack rein tue und dann immer unten, je nachdem, wie rum ich es hier drin habe, und dann rausziehe. Beim Rausziehen schon. Natürlich packt man das da an, aber man zieht es halt immer wieder mit raus, hat das Ding dann hängen und dann auf der anderen Seite, je nachdem, wo man dann hängen bleibt, klappt sich das Ding dann auch wieder raus und so. Es war nicht so ganz klar. Ich habe da hinten jetzt bewegliche Teile. Und wundere mich jetzt, dass diese beweglichen Teile sich bewegen. Das ist sowas. Ein Pluspunkt ist, was heißt ein Pluspunkt? Je nachdem, wie man es mag oder nicht mag. Man wird so oft angesprochen, was das für Dinger sind. Wie viele auch Kollegen mich angesprochen haben. Oder wenn man, und ich bin ja sehr oft mit meinem Laptop im ausgeklappten, arbeitsamen Einsatz unterwegs, wie oft ich da noch gefragt werde, was das denn jetzt ist, war schon auf jeden Fall, sieht man halt nicht so oft. Wenn man dann sagt, das kannst du ja dann, oder demonstriert so nach dem Motto, guck mal hier, ich hole jetzt mein Smartphone raus und was weiß ich, ich bin jetzt auf Twitter, blablabla, und will parallel noch Instagram offen haben. Und ich will das Ganze, auf der Ansicht reicht mir das nicht. Oder ich will parallel noch meine WhatsApp-Nachrichten sehen. Und ich will halt nicht, gerade im Laptop-Einsatz, wo ich es verstehe, wo man vielleicht zwei Fenster vernünftig nebeneinander einsetzen kann, dass man dann die dritte App sozusagen auslagert und das auf dem Smartphone macht. Oder wenn man nur Apps hat, die man nur auf dem Smartphone hat, man hat einen Arbeitsrechner und einen privaten daneben, dass man das dann einfach daneben da dran packt, ist ja eine vernünftige Idee oder durchaus eine ansprechende Idee, was mich ja damals auch angesprochen hat. Es war nur bei mir so, so oft im Einsatz habe ich es nicht benutzt. Von der Halterung kann ich nur sagen, auch locker zwei Monate war es ja Ganze dran, raus, ran, raus, ran, raus. Das hält immer noch. Man muss teilweise nur gucken, dass man hier diesen kreisrunden Aufsatz da vernünftig trifft. Dann haut das hin. Vom Anbringen selber für die ganzen Aufkleberdinger gibt es eine Schablone, wo man sich dann so orientieren kann, wann, wie, wo, was. Das habe ich nicht einmal oder beim ersten Mal gemacht. Danach kriegt man ein Gefühl vor, wo man das Ding dann hinpacken muss. Also, hält das Ganze denn auch? Ich sage es mal so, damit dann auch in der Bahn sitzen oder im Auto oder wo auch immer, wo man dann... Und das hier ist ja gerade ein Max, ein Max mit Hülle. Das Ding wiegt ja locker 200, mit Hülle wahrscheinlich gehen wir da Richtung 240 Gramm oder sowas. Und das Ding hält. Also da hatte ich jetzt keine Sorgen. Natürlich, wenn ich jetzt hier Wusch machen würde, dann geht das Ding auch flöten. Aber unterwegs, Reise, wo auch immer man es hinpackt, keine Bedenken haben, so viel hält es. Ich gebe an dieser Stelle aber nur den Tipp, das habe ich am Anfang nicht gemacht. Ich habe das entsprechende Gegenstück direkt auf die Rückseite vom Smartphone sozusagen geklebt. Und dann hat man diese Rückseite da immer. Da kommt man in der Hosentasche, im Finger, überall immer wieder dran. Und das ist nicht so ein tolles Gefühl und sonst was. Und deswegen habe ich dann irgendwann das mal gewechselt. Habe es auf ein Case einfach geklebt. So ich dann immer sagen kann, okay, wenn ich Case habe, dann fällt es beim Case gar nicht so wirklich auf. Und das kann ich zur Not immer noch abnehmen, wenn ich das System bald nicht nutzen möchte und dann einfach das nackige Smartphone mit rumtragen möchte. Was ist dann jetzt mein ganzes Nutzungsverhalten-Fazit dazu gewesen? Ich sage mal so, ich habe es im Alltag echt nicht gebraucht. Es gab aber zwei Sachen. Ich habe einmal eine Apple Keynote gehabt und irgendwas anderes, wo ich wieder live dazu getwittert habe. Und dann so daneben noch was zu haben, wo man entweder die Keynote nochmal in klein sehen kann oder halt gerade die Replies auf Twitter zu sehen kann, weil ich ja bei sowas immer gerne live mittwitterere und kommentiere. Das war nützlich, das daneben zu haben, wo ich sonst, was weiß ich, einfach nochmal das Smartphone daneben liegen habe, am Schreibtisch so liegen habe oder in der Hand immer sowas. Oder man hat noch ein iPad oder ein Tablet oder was auch immer daneben liegen. Ja, in den Extremsituationen war es für mich halt unglaublich nützlich. Über den Alltag habe ich es aber überhaupt nicht genutzt, dass ich mir dachte, okay, da habe ich jetzt immer Twitter, Instagram, E-Mails, WhatsApp, Facebook Messenger, irgendwas, wo ich immer mal drüber reingucke oder sowas, dass ich es brauche. Denn im Endeffekt, es ist ja die, klar, nicht nur eine einfache Display-Erweiterung, das nicht. Es ist halt ein zweites Gerät, was man einfach daneben hat. Was jetzt beim iPhone in dem Fall oder beim Smartphone einfach in einem netteren Winkel direkt daneben gebracht ist, dass man halt nicht immer runtergucken muss oder man muss sich keine andere Konstruktion haben. Man hat diese Konstruktion halt eingebaut. Ja, ich sehe nach wie vor den Nutzen, sag aber auch ganz ehrlich, im richtigen Alltagseinsatz. Der war bei mir nicht so wirklich da. Bei ein paar Situationen habe ich mich sehr darüber gefreut, aber dann wiederum nichts, wo ich dann dachte, darum laufe ich mit diesen Dingern permanent damit rum. Beim Wechsel vom 13er aufs 14er MacBook Pro, ihr seht es, ich habe es nicht mitgenommen. Wenn das jetzt sowas gewesen wäre, mit dem ich mein digitales Nomadenleben besser geworden wäre, dann hätte ich die Dinger direkt auch ans 14er getackert oder zumindest einen davon und dann zum Gucken oder sowas. Das Verlangen hatte ich nicht. Abschließend sage ich nur, es funktioniert. Es macht im Endeffekt genau das, was es will. Das Zusatzzeug war Banane. Wenn, hätte ich mit einem Ärmchen angefangen und mal geguckt, ob man denn sowas haben möchte. So, das war es eigentlich. Also wie gesagt, ja, es ist eins von den Projekten, die ich zwar nicht, ich bereue es nicht, es ausprobiert zu haben. Ich freue mich, dass es endlich mal wieder ein Projekt war, was auch ausgeliefert wurde. Aber es ist nichts, wo ich mir denke, wow, das will ich nie wieder missen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.